Vitamin B12 ist nur enthalten in tierischen Produkten, nicht in pflanzlichen Produkten. Das ist der Grund, warum ich denke, dass Leute ab und zu Milch, Fisch und Fleisch brauchen. Eier sind sehr gut. Eine Quelle für das. Eier stimulieren keinen Krebs. Mit einer Ausnahme. Prostatakrebs. Vitamin B12 ist entscheidend für viele Dinge im Körper. Rote Blutkörperchen herzustellen. Sauerstoff zu transportieren. Und viele chemische Prozesse innerhalb der Nerven. Das Gehirn. Und andere Nerven im Körper. Wenn Leute das B12 nicht aufnehmen können, aufgrund einer Krankheit oder aufgrund erblicher Veranlagung, bekommen sie perniziöse Anämie. Die schlechte Sorte. Und sie bekommen taube Hände und Füße. Und sie werden ein bisschen verrückt. Und schwach. Von der Anämie. Wenn Leute innerhalb der Chemotherapie Medikamente nehmen, die meisten bekommen davon nervliche Schäden. Und Anämie. Und Blutarmut. Das ist der Grund, warum das so ist. Innerhalb von ein oder zwei Chemotherapie Behandlungen Danach ist kein B12 mehr im Körper enthalten. Normalerweise hat man einen Vorrat für drei bis vier Jahre in der Leber. Und innerhalb von zwei Chemotherapie Behandlungen ist es komplett weg. Das war in einem medizinischen Journal 2010. In einem Journal, was die meisten Onkologen am meisten wertschätzen. Aber wenn es ein Artikel über Vitamine ist, dann nicht. Speziell diesen Typ von Vitamin B12 wird einem gegeben während der Chemotherapie. Speziell dann, wenn man die Chemotherapie sehr nervig ist. Medikamente gegeben werden, die sehr stark auf das Nervensystem wirken. Wenn Schäden bei den Nerven auftreten, geben wir diese Mittel. Einfach. Ärzte sind sehr komisch, wenn es darum geht. Die konzentrieren sich immer auf eine kleine Sache. Das führt etwas hervor, das heißt Methionin. Methionin bewirkt, dass Krebszellen schneller wachsen. Also sagen sie, nimm das auf gar keinen Fall, weil es bewirkt, dass Krebszellen schneller wachsen. Rubbish. Blödsinn. Wenn du während der Chemotherapie bewirkst, dass die Krebszellen schneller wachsen, dann nehmen sie mehr von Medikament weg und mehr sterben. Dies bewirkt, dass die Chemotherapie viel besser angenommen wird. Mehr effektiv und weniger schädigend. Wie bet Windsor kam nach 60 mm. Je�로 beibringen. När die Kämpfer ab 9 % ях 3% aus dem Auchpois. Umso zu 10. NaSD Отgleichen. Wenn sie mehr Brzessutar Är Grä millimeters. Untertitelung des ZDF, 2020